Gandersheim, ein beschaulicher Kurort 80 Kilometer südlich von Hannover. Doch hinter den freundlichen Fassaden lauert ein bösartiges Monster. Oder besser, fährt ein Monster auf vier Rädern. Sein Geburtsort liegt außerhalb der Stadt, in einem düsteren Ziegelbau am Ende einer Sackgasse. Im Inneren allerdings birgt er eine Hightech-Schmiede erster Güte. Bei Weineck entstehen Motoren so ungewöhnlich wie ihre Werkstoffe. Stahl, Magnesium und Titan. Hier schraubt der Chef noch selbst und zwar mit Maschinen, die in Deutschland wohl einmalig sind. Weineck geht mit Leistungs- und Hubraumangaben nicht zimperlich um. Wir hier bei der Firma Weineck beschäftigen uns mit V8-Motoren. Und zwar mit einer Hubraumgröße, die beginnt bei 5 Litern Hubraum und endet bei ca. 13 Litern. 13 Liter Hubraum? Kein Witz. Weineck bedient weltweit 500 Kunden mit bis zu 4500 PS starken V8-Triebwerken. Die Motorenblöcke werden in den USA gegossen. Auch die riesigen Kolben und Kurbelwellen stammen von dort. Zu den Prunkstücken gehört dieser 12 Liter große Motor mit leistungssteigernder Nitro-Oxygen-Einspritzung. Wie Orgelpfeifen thronen die Ansaugtrichter über der Einspritzanlage. Weit über 1000 Newtonmeter Drehmoment entwickelt dieser Hammer. Auch der Begriff Auspuffrohr bekommt hier eine ganz neue Dimension. Vor solcher Kraft kapitulieren selbst die stärksten Hinterachsen. Allein dieses Differenzial aus der US-Tourenwagenserie Nesca besteht den Test. Kardanwellen aus Kohlefaser verbinden Differenzial und Motor. Doch für welche Straßen zugelassenen Autos sind solche Motoren geeignet? Weineck probierte vieles. Die Lösung kommt, wen wundert's, aus den USA. Ein Volltreffer. Denn fällt der Narbe Cobra, stellen sich bei jedem Autofan die Nackenhaare wie von selbst auf. Wir wollten die Leistungsfähigkeit unserer Motoren mal auf der Straße darstellen. Was hat sich da besser angeboten, als halt so eine AC Shelby Cobra? Dieses Fahrzeug haben wir dann selbst entwickelt auf die Räder gestellt. Und in diesem Fahrzeug können wir unsere großvolumigen und PS-starken Motoren verbauen. Um diese Kraft auch auf die Straße zu bringen, haben wir fast zwei Jahre gebraucht, bis wir soweit waren mit dem Fahrwerk, Fahrwerksabstimmung, Bereifung und Bremsen. All diese Sachen müssen stimmen, sonst bekommen so ein Fahrzeug ja nicht für die Straße zugelassen. Die Weineck Cobra sieht genau aus wie ihr Vorbild aus dem Jahr 1967, die AC Cobra Super Competition. Kohle Fasereinlagen schützen die Kanten der Kunststoffkarosserie und stabilisieren sie gleichzeitig. Die Cobras entstehen nur auf Bestellung, in monatelanger Handarbeit. Diese Lufthutze dient keineswegs der Show. Sie versorgt zwei Vierfachvergaser mit Sauerstoff. Rahmenrohre mit 10 cm Durchmesser, Rennfahrwerk und Porsche-Bremsen sorgen für die nötige Stabilität. Der Motor bevorzugt übrigens Superbenzin anstatt Whisky. Detailverliebt, die originalgetreuen Hallibrand-Felgen. Im Kofferraum lauert der Wahnsinn in Form einer Gasflasche. Nitrooxygen, im Volksmund Lachgas genannt, bringt den Motor fast zum Platzen. Ein Drucker auf das rote Knöpfchen mobilisiert für wenige Sekunden 500 Zusatz-PS. Grundsätzlich stehen schon 850 PS zur Verfügung. Innen feinstes Connolly-Leder und edle Smith-Instrumente. Die notwendigen Vierpunkt-Gurte stammen ebenfalls aus der US-Rennsport-Szene. Atemberaubend der Blick unter die Haube. Wir haben für dieses Fahrzeug eine Straßenzulassung erreicht, in Zusammenarbeit mit dem TÜV Hannover bis ca. 1000 PS. Selbstverständlich wäre es auch möglich, noch mehr Leistung aus diesem Motor für die Straße herauszukitzeln oder bereitzustellen. Bloß wer noch nie ein Fahrzeug mit 600 PS auf der Straße bewegt hat, kann gar nicht ermessen, welche Leistung eben da zur Verfügung steht. Ignition Sequence Start. Feel the sounds in motion and enjoy the trip. Wer diese Cobra beschwören will, muss stahlharte Nerven haben. Von 0 auf 200 kmh in 6,5 Sekunden. Spitze über 300. Die Werte allein schüchtern jeden Ferrari-Fahrer ein. Nach einer Mitfahrt wird er sein Auto garantiert beim nächsten Tuner abgeben. Beschleunigung sichtbar gemacht. Der waagrecht stehende Schlüsselbund. Fahren mit der Weineck-Cobra kann man nur mit Bungee-Jumping von Wolkenkratzern vergleichen. Dass die Weineck-Tuner ihre bisher 16 Kunden für verrückt halten, ist wohl kein Wunder. Dass diese ihre Cobras nicht weiterverkaufen, allerdings auch nicht. Für die Kraftübertragung sind eine Carbon-Kupplung und ein Viergang-Renngetriebe zuständig. Sollten selbst die sich überfordert fühlen und bersten, schützt die Insassen eine explosionssichere Kupplungsglocke. Zu Gesicht bekommt man diese speziellen Cobras kaum. Denn kein Besitzer fährt mehr als 2000 km im Jahr. Und diese meist in den frühen Abendstunden, wenn der Verkehr abnimmt. Die Weineck-Cobra wird von Kunden bevorzugt, die das Außergewöhnliche suchen. Das Individuelle mit dem nötigen Kleingeld selbstverständlich. Und die Autofahren wollen wie zu den 60er, 70er Jahren. Also sprich ohne so viel dynamische Fahrhilfen. Bleibt der Preis. 200.000 Mark kostet bereits das Basismodell. Die Alternative im Maßstab 1 zu 24 gibt es allerdings schon für 150 Mark. Die Alternative im Maßstab 1 zu 25.000 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 Mark.